Ich muss euch was beichten. Ich bin leidenschaftlicher Twitch- und YouTube-Viewer. Seit über zehn Jahren ziehe ich mir Content rein, der eine Kindheitserinnerung nach der anderen löscht. Und mein Leben lang dachte ich, dass dieses Wissen, was ich mir über die Jahre angeeignet habe, absolut wertlos und Müll ist. Ist es auch? Bis Vlesk mich zu seinem Format Brainlag eingeladen hat. Bei Brainlag handelt es sich um eine Quizshow, in der die Teilnehmenden ein Board mit Fragen und Überbegriffen und dazugehörigen Punkten vorgesetzt bekommen und diese nach und nach beantworten. Wer eine Frage zuerst richtig beantwortet, bekommt die volle Punktzahl. Sollte eine Frage falsch beantwortet werden, wird einem die Hälfte der möglichen Punkte abgezogen. Wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist also eigentlich ziemlich simpel. Falls euch meine Performance und das Video gefällt, würde ich mich unfassbar über ein Abo freuen, weil das dem Kanal wirklich enorm weiterhilft. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Ich nehme Streamer Hintergrund 200. Stream Hintergrund 200. Ich glaube, ihr wisst eh schon, was es ungefähr sein wird. Ich gebe euch jetzt gleich ein Bild. Von einem Stream Hintergrund muss nicht genau der Cam Ausschnitt sein, den ihr bei dem Streamer oder der Streamerin normalerweise seht. Aber ich will von euch wissen, in welchem Streaming Room wir uns in dem Fall befinden. Und das erste Bild seht ihr in 3, 2, 1. Und hat der Black. Absolut richtig. Das ist natürlich Monte. So, wir haben mal Luna als nächstes. Dann nehme ich Stream Hintergrund 300. In 3, 2, 1. Ich will von euch wissen, wer das getweetet hat. In 3, 2, 1. Ähm, der ist von Maxify. Das war so ein Tweet, glaube ich, wo er eine Wette verloren hat. Und dann musste er das tweeten. Und so voll viele waren richtig support. Ich habe so gesehen, wie so Papa Platt hat geschrieben, hey Bro, mach dir keine Sorgen. So einfach das nächste. Und dann hat sich herausgestellt, dass es nicht real war. Das ist natürlich ein Tweet von Maxify. Absolut richtig. Und er gibt 3er Punkte für Tamina. Dankeschön. Linda, du gibst mir bitte die nächste. Ich hätte gerne Ohrwurm 400. Ich gebe euch jetzt gleich einen Song von einem Creator. Und ich würde von euch gerne wissen, von wem er ist und wie der Titel lautet. Braucht beides. 3, 2, 1. Das ist Kalle Koschinski, Kastorp Spandau dürfte das sein. Kastorp X Spandau. Und es ist wieder absolut richtig, Tamina. Jetzt gibt es 400 Punkte. Chronically online in the moment. Ich werde 0 Punkte machen im gesamten Quiz. Okay, ich nehme mal schätzen. 400, die erste. Die erste Frage, das ist eine der wenigen YouTube-Fragen diesmal. Oh Gott. Die erste Frage, jetzt ist es mir leid, Alter. Ich bin so raus aus diesem Quiz. Ja, same. Ihr kennt bestimmt alle MrBeast. Richtig? Ja. Der hat nie gehört. Und MrBeast, der hat ein paar erfolgreiche Videos. Und sein erfolgreichstes Video, da würde ich gerne wissen, wie viele Klicks das auf YouTube hat. Ich glaube, es ist das Squid Game, ja. Es ist das Squid Game Video. Ja. Dann gucken wir mal, was ihr gesagt habt. Wir haben einmal 15 Millionen von Maluna. 69 Millionen von Linda. Oh mein Gott, ich bin ja komplett. 150 Millionen von Tamina. Oh Gott, ich bin komplett. Und 769 Millionen von Matteo. Das muss man natürlich bedenken, das habt ihr auch schon angesprochen, dass MrBeast ganz viele verschiedene Kanäle hat. MrBeast, normal, ne, Englisch. Und dann Spanisch, da gibt es Portugiesisch, es gibt Arabisch, es gibt Hindi, ganz viele verschiedene. Wenn man alle zusammenzählt. Ich habe sogar versucht, mit einem zu berechnen, wie viele Klicks das um die Uhrzeit haben wird. Und da kommen wir auf 583 Millionen Klicks. Krass. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Matteo da am nächsten dran mit seinen 769 Millionen. 400 Punkte, Matteo. Ja. Ich nehme Baza 200, dann können wir die Kategorie auch mal austesten. Ja, ich stelle euch eine Baza-Frage, ihr buzzert, wenn ihr falsch antwortet, minus 50 Prozent der Punkteanzahl. Und im richtigen Fall kriegt ihr die Punkte halt oben drauf. Die erste Frage, die ihr von mir kriegt, ist, welchen genauen Namen trägt die Schlafen-Kategorie auf Twitch? Ähm, ähm, Just Recreational, Recreational. Gib mir eine Antwort in drei. Just Sleeping. Just Sleeping ist, äh, absolut falsch. Ist es nicht I'm Only Sleeping oder so? Ja. Und das ist tatsächlich die Antwort, die ich gesucht habe. I'm Only Sleeping gibt es 200 Punkte. Streamer nur rund 400? Ja. Drei. Zwei. Eins. Äh, Amar. Was? Maluna sagt Amar. Guck mal, wer hier sitzt. Es ist Amar. Ich will, dass ihr schätzt, wie hoch der Rekord für die meisten gleichzeitigen Subscriber auf Twitch ist. Ein paar Leute haben sich hier anscheinend vorbereitet. Wir haben einmal 361.000 von Maluna, 320.000 von Tamina, 100.000 von Linda und 309.000 von Matteo. Wer von euch ist im nächsten dran? Und es waren 306.621 Subscriber. Upsi. Matteo. Dann nehme ich, hat er nicht gesagt, für 200. Drei. Zwei. Eins. Nein! Star-Lukat. Denkst du, dass Star-Lukat 600 Tage am Stück live gewesen ist? Und heute mal eine Pause macht. Ja. Und dann hat er noch so geantwortet, aha, witz, wir machen doch nicht Pause. Das habe ich nicht gesehen, aber es ist auf jeden Fall ein Tweet von Star-Lukat. Oh Gott, das ist mir ungegangen. 1. April, das war ein Joel. Oh ja, so war ich 1. April gar nicht. Ja, stark. Hm, Stream-Intergrund 500. 500 Punkte für das nächste Bild aus einem Stream-Intergrund. Und ich würde gerne von euch wissen, wer hier eigentlich sitzt. Phoebe. Oh, ich war nicht dran. Phoebe. Tatsächlich sitzt Phoebe hier. Absolut richtig, 500 Punkte für dich. Ich rufe euch in Zukunft einfach auf, bevor ihr mir eine Antwort gebt. Ja, ja, ich denke mal, ich habe gebuzzert, aber irgendwie nicht. Okay, ich gehe für Torwurm 300. 3, 2, 1. Niemand hat gebuzzert. Das Intro ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, wenn man es länger abspielt, kommt er vielleicht drauf. Ah, Julian Bam! Ah, okay, nee, es ist überhaupt nicht das, was ich gedacht habe. Ich dachte, das ist der Knozzi oder so, im Seven vs. Malch Inselstern oder so. Ach so, das ist Mach die Robbe von Julian Bam. Linda, gibst du mir bitte die nächste? Ähm, Buzzer 400. 400 Punkte bei Buzzer würde ich gerne von euch wissen, welchen Spitznamen Papa Plattes Ventilator trägt. Äh, Domo. Das ist soweit ich weiß. Du sagst, es ist Domo. Und es ist natürlich Domo. Und dafür gibt es 400 Punkte. Matteo, gib mir bitte die nächste Frage. Dann nehme ich, hat er nicht gesagt, 400. Sag ich dir einen Tweet in 3, 2, 1. Falls ihr an Weihnachten von euren Verwandten... Hä? Nova. Starlet Nova. True. Das ist ein Nova-Tweet. Falls ihr an Weihnachten von euren Verwandten abgefuckt werdet, wann ihr endlich eine Freundin habt, feel free to use my pics. Ich bin jetzt deine Freundin. Der hat getweetet, sagst du Starlet Nova. Und getweetet hat es in Wirklichkeit Starlet Nova. Ist absolut richtig. Oh, die nächste Frage bitte. Streamer da gut 600. Dann seht ihr das letzte Mal den Hintergrund eines Streamers in 3, 2, 1. Wart mal. Dieses Feed, da kommt mir bekannt vor. Ach, ich gehe immer für die Minuspunkte. Worst Case. Ich sage mal Timid. Könnte Timid's Couch sein, ja. Es könnte sein. Lina sagt Timid. So ist Starlet, ja. Links im Bild sieht man einen kleinen blauen Imposter. Und der... Oha. Oha, den habe ich gar nicht gesehen. Wow. Das ist wie bei der Kommen von Timid. Absolut richtig. Die gelbe Couch, die sieht natürlich nicht so super gelb aus im Bild. Die Decke liegt hinten drauf. Ist die nicht rot oder so? Ey, es ist auf jeden Fall Timid. Sehr stark. Die ist so rorsch. Die ist so rorsch, glaube ich. Das ist aber fake, wenn da RGB-Lights sind. So, die verändern immer alles. Tamina ist ein bisschen weit vorne gerade. Und darf nächste Frage aussuchen. Bald gibt es auch die Doppelten. Ich gehe für schätzen 400, aber das über dem Goldenen. Vorhin schon ein bisschen über Dalu geredet. Diesmal geht es ein bisschen spezieller um Dalu. Ich würde gerne von euch wissen, wie viele Stunden Streamzeit Dalu-Card in seinem populärsten Titel hat. Und ihr kriegt Bonuspunkte, wenn ihr mir das richtige Spiel nennt. So, wir klären erst mal auf, was ihr gesagt habt. Wir haben einmal 3000 Stunden in Dead by Daylight. Danke, dass du das Spiel auch hast wie ich. Ey, dann ist es nicht komplett blammer, wenn es nicht geht. Gut, mach dir. Einmal 700 Stunden in League of Legends. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht. 1.200 Stunden in Dead by Daylight. Und jetzt muss ich kurz nachfragen. Und für was für einen Roboter du Dalu-Card hältst. 265.000 Stunden in der Helle-Card. Da lebt er wahrscheinlich nicht mal. Hä? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe es nicht so zu schätzen. Okay, okay. Ja, bitte rechne mal, wie viele Tage das ist. Das sind 11.000 Tage. 11.000 durch 365. 30 Jahre ungefähr. Ich löse erst mal auf. Dead by Daylight ist die richtige Antwort. Und dafür kriegt ihr natürlich auch 200 Punkte jeweils. Meine Top 5 sind League of Legends, Fortnite, Among Us, Valorant. Unser Meisterspiel, das ist Dead by Daylight. Das stimmt. Und wir haben einen, der hat fast genau eine Punktlandung. Und es ist Matteo mit 1.200 Stunden. Der hat nämlich in Wirklichkeit 1.167 Stunden. Wow. Das ist fast exakt die Spielzeit oder Spielzeit, die er hat. Aber um 200. Drei. Zwei. Eins. Das... TJ Beast Boy. Tau mal cooler, irgendwie sowas? Finalantwort ist TJ Beast Boy tausendmal cooler. Das ist auch absolut richtig. Es ist tausendmal cooler von TJ Beast Boy. Matteo, gib mir bitte die nächste Frage. Weil ich nicht möchte, dass die Ohrwürmer später doppelt zählen, muss ich die jetzt wegmachen. Oh mein Gott. Unterstütze das. Ohrwurm 600. Big Brain Play. So was denke ich gar nicht. Hallo YouTube. Wir kennen uns noch nicht lang. Reise klingt das ganze Scheiße. Es fängt gerade erst richtig an. Oh, ich kenne deren Flaume. Ja, so habt ihr mich genannt. Darum reißt jetzt mein Kanal so und dafür entfernt. Ich weiß den Namen nicht. Also Kai Pflaume irgendwas, ne? Ja, Ehrenpflaume, Kai Pflaume halt mit... Aber Kai Pflaume mit was? Wenn der Song wirklich Ehrenpflaume weiß, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann geh ich. Dann gehen wir. Kai ist Ehrenpflaume von Kai Pflaume. Nee. Ach, Leute! Dann haben wir die 500 auch weg. Nur ein Sekunden jetzt. Oh. Boah, die Stimme kenne ich. Oh, der hat mich gedrückt, Mann. Es ist Tanzverbot. Weil die Stimme erkannt hast du wahrscheinlich auch. Es ist dieser Song, wo er über sich selbst rappt und so. So bin ich oder sowas. Keine Ahnung. Nee. Ah, ich weiß nicht. Ach. Weiter. Falsch. Es ist Kilian von Tanzverbot. Deine Antwort ist Kilian. Ja, von Tanzverbot. Und meine Antwort ist... Kilian. Kilian. Absolut richtig. Kilian von Tanzverbot. Dammit, ey. ...ist die korrekte Antwort. Das gibt 500 Punkte. Und damit habt ihr Ohrwurm komplett aus dem Feld gerollt. Getötet. Getötet. Ohrwurm ist weg. Den gibt's auch nicht nochmal. Keine Sorge. Wir gehen in die letzten sieben rein. Termina, gibst du mir bitte die nächste. Hat er nicht gesagt? 500 bitte. Kriegt ihr einen Tweet von mir? In 3... 2... 2... Ich hab mich nicht mal zu Ende gelesen. Ich hab's auch nicht zu Ende gelesen. Er von X-Planco. Okay. Ich lese mal den Anfang von dem Tweet durch. Hallo, ich bin ein junges Streamer-E-Girl. Suche nach einem Streamer, der fast nur League spielt. Daran absolut Godlike ist. Ich hab wirklich nur den ersten Halbsatz gelesen. Ab und zu mal Shooter mag sich regelmäßig über autokratisch geführte Gesellschaften aufregt und vielleicht ein paar Locken. Das ist mein Freund, das ist mein Freund. Da brauch ich keine Auflösung. Das hat mein Freund gefehlt. Es ist tatsächlich Lukas und es sind 500 Punkte auf deinem Konto. BASA 300. BASA 300. Kriegst du. Wem wurde die Trophäe der Streamer-Awards nachempfunden? Wenn es jetzt um die amerikanischen Streamer-Awards geht, dann dem Pipo, oder nicht? Dem Pipo-Frosch? Ja, es geht um die amerikanischen Streamer-Awards. So viel kann ich sagen. Der Pokal, den der Newcomer, glaube ich, sogar auch kaputt gemacht hat on Stage, ist Pipo the Frog. Wir sind noch bei fünf Verbleibenden. Sprich, die geben jetzt alle doppelte Punktzahl. Da gibt es ordentlich abzuräumen. Und Matteo, gib mir bitte die erste davon. Ähm, BASA 500. Für 500 Punkte mal zwei, also 1000 insgesamt, würde ich gerne von euch wissen, wie eine Talkshow, die Knossi bei RTL regelmäßig moderiert hat, hieß. Wer raus. Ich auch. Das war täglich frisch geröstet, eine Late-Night-Talkshow mit Knossi als Moderator. Hat er nicht gesagt, 600. Hat er nicht gesagt, 600 mal zwei, 1200 Punkte. Und ihr kriegt folgende Tweet von mir. Drei, zwei, eins. Ich glaube, das ist von Peter, von Pete's Meet, nachdem er gehabt hat. Ah. Nach der Hochzeit haben meine Frau und meine Mutter das gleiche WhatsApp-Profilbild und ich war noch nie so verwirrt. Das ist ein Tweet von Peter, von den Pete's Meet und der ist 1200 Punkte wert. Liegen auf deinen Kommentaren. Frau Twainy, ich darf jetzt. Ich gehe auf BASA 600. BASA 600 mal zwei. Ich gerne von euch wissen, wofür Josh DeSeno bekannt ist. Dann esse ich mal jetzt, ne? Ja, ich wünsche hier auch was. Okay, ist Josh DeSeno ein Twitch-Emote? Josh DeSeno ist ein Twitch-Emote, das stimmt. Ist er Kappa? Josh DeSeno ist das, was wir auf Twitch unter Kappa verstehen. Das ist sein Gesicht. Dafür ist Josh bekannt auf Twitch. Ja, das ist eine schwierige Entscheidung, aber ich würde schätzen nehmen. Es gibt einen Streamer, kennt ihr vielleicht. Das ist der gute Schlorox und der ist seit sehr vielen Stunden live. Oh nein. Seit wie vielen Stunden ist Schlorox fast ununterbrochen live? Es ist ein Subathon, der bei Schlorox seit der Zeit läuft. Und aktuell ist Schlorox seit 538 Stunden und 17 Minuten live. Sehr knappes Ding. Aber Matthäus, die Punkte. Ja, dann nehme ich wahrscheinlich schätzen 400, oder? Kriegste. Es gab im vergangenen Jahr mehrere Charity-Streams von ganz vielen verschiedenen Leuten. Eins davon heißt Friendly Fire. Friendly Fire hat dieses Jahr eine bestimmte Spendensumme erreicht. Und ich will von euch wissen, wie hoch die war und wie hoch die final war. 1,3 Millionen von Maluna. 3,5 Millionen von Tamina. 2,5 Millionen von Linda. Und 1,8 Millionen von Matteo. Es ist schwer darauf zu kommen, weil man halt wahrscheinlich Merge-Verkäufer nicht gut einschätzen kann. Es waren glaube ich, nach dem eigentlichen Stream waren es knapp über eine Million und dann kam noch mal eine ordentliche Summe oben drauf. 1.610.755,60 Euro laut der Better Place Spendation. Und da holt sich Matteo natürlich die nächste Schätzfrage. Hab ich gesagt, da ist noch nichts verloren oder gewonnen. Wir fangen mit Maluna an und gehen ins erste Board. Zweite Board. Profilbild. 400. Das ist die Kategorie, bei der ich irgendwann keine Lust mehr hatte, mir Fragen auszudenken. Und dann hab ich einfach Profilbild vom Streamer herausgesucht. Und ihr müsst mir sagen, welcher Streamer folgendes Profilbild trägt. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Super. Hier seht ihr das Profilbild eines World of Warcraft Streamers. Ja. Ah, okay, ja komm. Hau es. Und das ist... Metashi oder so? Metashi. Ja. Nach World of Warcraft bin ich so... Hätte ich drauf kommen können, aber ein Bild da leider. Das ist das Profilbild von Metashi. Das konnte mir niemand beantworten. Dann sind die 400 Punkte weg. Gut, dann würde ich gerne Kartenkunde 400, das erste nehmen. Wo in Europa findet die diesjährige TwitchCon statt? Das ist die Frage. Das ist die Karte. Wo ist denn die TwitchCon? Paris. Paris. Das ist absolut richtig. Drei Leute, kann ich sagen, die sind alle auf jeden Fall in Paris gelandet. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja. Ich auch nicht. Aber ich hätte auch wirklich nicht da unten. Ja, ist ja egal. Ist doch alles mit Spaß. Du hast Frankreich getroffen, Maluna. Ja! Dann ist schon mal richtig gut auch. Wollte ich gerade sagen. Von unserem gewählten Zielpunkt entfernt ist Tamina 28 Pixel, Baso 23 Pixel und Matteo 20 Pixel. Oh mein Gott. Ich war mir liegen auf's nur ein Ticken mittiger ist. Und dafür kriegt Matteo 400 Punkte. Boah, Geogesser Main einfach. Linda. Ich möchte bitte Seven in Eup. Lineup. Lineup kriegt ihr insgesamt sieben verschiedene Namen. Und die werden alle durch eine bestimmte Sache verbunden. Gebt euch sieben Namen. Und ich will von euch wissen, was die alle gemeinsam haben. Da gibt es eine richtige Antwort. Also nur wenn ich die Antwort kriege, die bei unserem System ist, kriegt ihr auch die Punkte. Mit jedem weiteren Namen, den ich aufzähle, gibt die Antwort 100 Punkte weniger. Sprich, ihr kriegt nur 800 Punkte. Wenn ihr mir halt im Endeffekt ganz am Anfang die richtige Antwort gebt. Und das ist fast unmöglich. Sprich, es wird nicht vorkommen, dass jemand 800 Punkte kriegt. Außer ihr ratet und liegt zufällig richtig. Der erste Name. Nee. Valorant. Aber es gibt ja sehr viele Minuspunkte und du hast doch keinen anderen Namen. Also es ist leider nicht Valorant. Was solltest du mir leiden? Zweite Name, den ihr von mir kriegt, ist Sure Four. Ich raff gar nichts. Ist das denn Valorant Agents oder was? Ja, der dritte Name, den ihr von mir kriegt, weil niemand buzzert, ist S.T. Peach. Ich habe eine Vermutung. Jetzt bin ich los. Der vierte Name ist XQC. Okay, nee, dann doch nicht. Nummer fünf ist Shroud. Nee. Dann gebe ich euch den nächsten Namen. Pokimane. Immer noch keinen Buzzer. Den letzten, den ihr von mir kriegt, ist Pants. Oh, weißt du was? Das ändert auch nicht mehr viel bei mir. Ich sage mal, die wurden alle nominiert bei den Streamer Awards. Das ist in dem Fall leider was anderes. Dann probier es auch einfach. Ich sage, das sind die Streamer mit den meisten Followern auf Twitch. Und auch hierfür gibt es leider minus 100. Wir lösen das einmal auf. Gemeinsamkeit, die diese sieben Streamer haben, ist nicht eine Nominierung und auch nicht die meisten Follower auf Twitch. Das sind alles Kanadier. Ach so. Das hätte man aber rausfinden. Kaidee, Veldurith. Veldurith. Äh, bäh. Nun noch. Noch mal Profilbild 300. Dann finden wir da das Profilbild eines Streamers, einer Streamerin. In drei, zwei, eins. Und Romatra. Das ist das Profilbild vom guten alten Flugzeugtechniker. Das ist kein Flugzeugtechniker, nein, irgendwas mit Raumfahrt. Raumfahrt. Romatra. Irgendwas mit Raumfahrt, genau. Und dafür gibt es 300 Punkte auf das Konto von Maluna. Tamina. Äh, Profilbild 200. Äh. Ex-QC. Das ist ex-QC, das ist richtig, Maluna. Und Tamina. Ich glaube bis jetzt in, immer in fucking Brain Lag. So oft buzzere ich und so oft komme ich nicht dran, aber ich denke, dass ich dran gekommen bin, weil ich der Buzzer-Sound ertöne. Linda, nächste Frage. Äh, schätzen. Schätzen ist nicht schätzen, es ist schätzen mit Chat in euren Chats. Hä? Wahrscheinlich nicht bei Tamina. Ja. Weil Tamina gerade nicht streamt. Die erste Frage, die ihr von mir kriegt, ist entspannte Streams zu Hause oder B, große Streaming-Events. Ich erkläre das nochmal ganz kurz. Wir haben gerade erstmal den Vote und sobald ich den schließe, könnt ihr quasi die Antworten. oben eintippen und ich würde von euch dann gerne haben C zu 61%. Also den überwiegenden Vote im Prinzip. Und dann gucken wir erstmal, wer mir die richtige Antwort gibt, A oder B und dann wer am nächsten dran ist. Wir geben jetzt die Antwort ein, von der wir denken, dass unser Chat sie gesagt hat. Von alle. Alle. Alle zusammen. Alle. Alle zusammen. Ja. Wir gucken mal rauf. Wir hatten 87% A und damit ist Matteo mit einem Prozent wieder beim Schätzen näher dran. Oh, damn it ey. Ich finde die Profilbildkategorie voll geil, aber ich bin da bisher schlecht gewesen. Ich nütze trotzdem mal. 500. Drei. Zwei. Eins. Ach shit, Mann. Das ist Lyric. Tamina, du buzzerst unglaublich schnell. Das gibt's nicht. Die Antwort ist natürlich absolut richtig. Es ist Lyric und es gibt 500 Punkte auf deinem Konto. Ähm, ich nehme Line-Up. Das zweite. Der erste Name, den ihr von mir kriegt, ist Disguised Toast. Also der Name sagt dir wahrscheinlich schon was. Blisk. Ohhhh. Der dritte Name auf dem Board ist... Apol-Red. Oh, okay. Warte mal, was? Nummer vier ist... Andrea Boutes. Das ist wirklich die wildeste Kombination an Streamern, die ich jemals so namentlich gesehen hab. Ja, ja, ja. Miki TV. Michael Reeves. Das ist jetzt High-Risk, K-Reward. Haben alle immer geboxt, waren im Boxkämpfen involviert. Ja, das darf ich auch drücken. Wir sind mittlerweile bei 300 Punkten. Eine falsche Antwort wieder 150 Punkte abziehen. Müssen wir in dem Fall aber nicht machen, weil das alles Box-Event-Teilnehmer sind. Ähm, Profilbild 600. Nur einmal Profilbild vom Board. Drei. Zwei. Eins. Kenn's, aber ich weiß nicht, wer es ist. Keiner von euch wusste, wem das Profilbild gehört. Es hätt 600 Punkte gegeben. Im Bild sieht man sogar das R. Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber ich hab trotzdem keinen Plan. Das hier ist Reapers. Reapers, ja. Ich hatte das die ganze Zeit in der Zunge, aber ich wusste nicht seinen Namen. Matteo. Dann machen wir mal Line-Up. 800 ist oberste, aber... Die erste, die von mir kriegt, ist... George. Zweite. Callahan. Ich bin Callahan. Punk. Hä? Zapnap. Äh, das sind alles Minecraft-Streamer und vielleicht muss ich noch closer gehen und sagen, dass die alle auf dem Dream SMP waren. Das ist absolut die richtige Antwort. Ey, was ist eigentlich... Sehr, sehr starke Antwort. Ich hab kein Leben! Also wir gehen hier durch sehr viele Bereiche von Twitch durch und ich hab das Gefühl, dass du immer sehr schnell auf den Buzzer fließt. Ich bin nicht stolz drauf, ich bin ehrlich, Freunde der Sonne, wir nehmen Buzzer 400. Bleiben wir bei Minecraft, wofür das GHG in Basti GHG steht. Ich weiß, aber ich trau mich nicht zu buzzern. Der ein Clan-Tag, Alter. Ich hab's halt literally, weil ich letztens den Stream geguckt hab, mitbekommen, es dürfte German Hunger Games sein. Ah. Du lächelst schon so online. Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Ich... Du sollst natürlich trotzdem buzzern und... Was ist hier los? Vor allem, wenn du sowieso die richtige Antwort weißt, weil das GHG natürlich für German Hunger Games steht. Okay, äh, Buzzer 200. Zurück nach Hamburg. Matteo Grinz, aber wir gehen nicht ins Bongebras-Studio. Wir gehen zu den Rocket Beans. Ich will mich von euch gerne wissen, aus welcher Fernsehsendung später Rocket Beans TV wurde. Game 1. Das wäre jetzt peinlich, wenn es nicht wäre. Ist es nicht... Das wäre wirklich peinlich, wenn es nicht wäre, aber es ist trotzdem... Richtig. Ich würde von euch gerne wissen, ob ihr lieber Better-Twitch-TV-Emotes oder B-Sub-Emotes benutzt. Da kommen wir auf ein Endergebnis von 58% B, sprich Matteo ist mal wieder. Ich schätze 1% von der richtigen Antwort entfernt. Dafür kriegst du keine Punkte, Matteo. Und du kannst mir gerne die nächste Frage geben. Nehme ich Kartenkunde 400, das oberste, was noch geht. Da würde ich gerne einmal von euch hören, wo der Sportverein Hardstuck seine Heimspiele austrägt. Ich habe das noch nie gehört in meinem Leben. Ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Hardstuck klingt halt so nach einer Leute League of Legends Spieler. Das klingt sehr danach, es ist aber ganz was anderes in Wirklichkeit. Ich löse mal auf, was der SV Hardstuck ist. Es gibt Streamer, die Fußballmannschaften haben mittlerweile. Ein paar verschiedene und einer unter dem Deckmantel von Trimax. Was ist das von Trimax, das Team? Das ist der SV Hardstuck. Ich dachte, das wäre ein anderer Name. Trimax spielt natürlich in einem Stadion in Hamburg. Und er hat Matteo drauf getroffen. Und er ist auch nur 8 Pixel vom Zentrum entfernt. Mal Luna. Ich nehme Schätzen 400 und gebe Matteo eine Kaffee-Tasse. Warum denn mir? Ich führe doch gar nicht. Mal Luna, du bist von mir. Na gut, ich nehme sie zurück. Ich frage euch, ob ihr lieber englischsprachige oder deutschsprachige Streamer guckt. Ja, Matteo, du gewinnst nicht diesmal. Das ist das erste Mal bei Schätzen, dass du nicht gewinnst. Das kann ich dir schon mal sagen. Es ist nämlich auf jeden Fall B. Und es ist auch sehr eindeutig B. Und zwar zu 83 Prozent. Oha. Sehr, sehr viele Leute gucken lieber deutschsprachige Streams. Deswegen sind die wahrscheinlich auch gerade in einem deutschsprachigen Stream. Und damit hat Tamina wieder einmal ein paar Punkte dazu verdient. 400. Wieder einmal. Ich kaffe, pause euch beide. Tamina. Lineup 800, das vorletzte. Der erste Name, den ihr von mir kriegt, ist Seniorenzocken. Kass. Gewinner, Streamer des Jahres. Das gibt auch 400 Minuspunkte. Zweiter Name. Gnu. Alle alt. Nein, Schau. Das war voll krass. Oh mein Gott. Maluna? Das war die größte Start. Maluna spricht hier absolut für sich. Hallo, ihr seid wie das so alt wie ich. Was soll das? Nein. Ihr seid wie das schon? Auf gar keinen Fall. Sie könnte deine Mutter sein. Nein. Gnu, es tut mir leid. Ich lade dich nie wieder ein. Knochen ist der dritte Name, den du kriegst. Da gibt es immer noch Alter hier, ne? Knochen. Shurioka. Kopi. Kopi? Steinwallen. Also ich weiß es mal weniger, wo sie mir antworten kommen. Hand of Blood. Den kenn ich. Nominierte für den Deutschen Computerspielepreis? Die absolut richtige Antwort, das sind Nominierte für den Deutschen Computerspielepreis. Linda, gib mir bitte die nächste. Ich nehm noch ne Kartenkunde. Aus welcher Stadt kommt ihr bei? Was? Kenn den gar nicht. Ich weiß nur, dass er Spanisch spricht, deswegen hab ich aber Spanien genannt. Damn. Ibai ist einer der größten Streamer überhaupt auf der Plattform. Ihr seid einfach exakt nebeneinander. Aber Bilbao ist hier oben. Und damit ist Linda zwei Pixel näher dran als Tamina. Und räumt die Punkte für Ibai ab. Matteo? Äh, ich nehme Buzzer 500. Für 500 Punkte will ich von euch wissen, unter welchem Namen die Streamerin Goldfote heute bekannt ist. Ich bin einfach so flash, dass ich mal was weiß, das ist Freiraum Rehm. Goldfote ist heute bekannt unter dem Namen Freiraum Rehm. Absolut richtig. Ah, hab ich nicht gewusst. 500 Punkte auf dein Konto. Und jetzt sind wir bei den Doppeln. Line-Up 800 und Kaffee-Pause auf Tamina. Yes, let's go. Oh, ich bin jetzt schwarz-weiß. Ja, du kannst nix mehr machen jetzt. Und wir gehen auf Line-Up 800 mal zwei. Das ist ein Piest. Gibt potenziell sehr, sehr viele Punkte. 1.600. Und der erste, den ihr von mir kriegt, ist Manfred. Nummer zwei ist Snowden. Oh, riskiere ich das jetzt? Nummer drei. Ich drücke jetzt. Das sind Namen von Haustieren von Schiemern, YouTubern. Matteo sagt, das sind Namen von Haustieren von Schiemern, YouTubern. Dann sag mir bitte, wem Manfred und Snowden denn zugehörig sind. Ich hab keine Ahnung. Wie kommst du denn darauf? Ja, das fand ich cool. Wir haben hier nämlich noch Muffin, Koro, Pippo. Aber wie kommst du denn da drauf, wenn du die ersten beiden turnen kannst? Ich hab ein riesiges Gehirn. Ich hoffe, da kommt Falco. Luna und Falco. Yes, strong. Und das sind alles Haustieren. Das ist absolut richtig. Haustieren rufen Schiemern. Oh, ich lebe, wie das so schön. Ja, aber ich würde jetzt mal eine Kaffee auf Tamina machen. Tamina, du gibst mir trotzdem bitte noch die nächste Frage. Ähm, Buzzer 600. Okay. Buzzer 600. Welches Wort hat Reefed in einem 10-stündigen Livestream 100.000 Mal... Uff, 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 uff. Hier lieber Twitch-Streams. A auf dem Hauptbildschirm und immer dabei oder B auf dem zweiten Bildschirm und man macht irgendwas nebenbei. Das sind 71% B und damit kriegen Tamina und Baso. Dann nehme ich Kartenkunde 400. Würde ich gerne von euch wissen, wir haben eine Weltkarte. In welchem Land wurde Pokimane geboren? Oh. Matteo. Pokimane, klar, ist Mexiko. Ach, das ist Mexiko. Tamina, Südafrika. Dann haben wir einmal Maluna in Ägypten. Oh. Und dann haben wir einmal Baso in Tunesien, glaube ich. Ja, sie ist Marokkanerin. Ja, aber ich wusste nicht, wo Marokko ist. Du bist natürlich trotzdem nächsten dran, weil Marokko ist. Aber da unten war ich nicht. Ich dachte, das ist Südafrika gewesen. Damit kriegst du natürlich ein weiteres Mal 800 Punkte auf die Frage. Strong. Letzte Frage für den Chat. Wo guckt ihr lieber Twitch, am PC oder mit dem Handy? Antworten sind lockt. Ihr habt gesagt 65% A, Maluna. 55% B, Tamina. 70% A, Baso. Oh, wie eng. Und 67% A, Matteo. 81% auf der Seite vom PC. Und damit ist Linda wieder am nächsten dran und holt sich nochmal 800 Punkte. Gen Z ist mehr am Start. GG. Nein, letzter. Es waren wirklich alle so um die 80%, aber wir haben noch eine letzte Sache, die nichts verändern wird. Aber die wird es trotzdem noch machen. Und das ist der Duellanspruch von Tamina. Ich will jemand gegen mich spielen. Ich will. Okay, dann war es satt. Ich bin eh letzter, deswegen ist ein schlechter Weg. D-D-D-Duell. Einer von euch wird ins Schattenreich verbannt, wenn ihr mir eine falsche Antwort gebt. Ihr wisst, wie es funktioniert hat. Tamina, du suchst dir aus, wer startet. Wir haben die 20 meistgefolgten deutschen Kanäle. Ich starte gern. Montana Black 88, würde ich sagen. Das ist vielleicht einer der... Trimax. Elias N97. Gronkh. Hm. Wobei, nee. Doch, Reef. Wenn ich mit dem Down gehe, ist das okay für mich. Ja, ähm, 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 äh, jetzt wird es schon schwierig bei mir. Äh, bonjour. M-m, nein, wir sind nicht dabei. Wir sind nicht mal close. Das sind nochmal 400 Punkte auf das Grunde von Tamina. Und das Ende von dem Ding. Irgendjemand von hinten durch. Maluna hat 2003 eine Punkte. Ein paar gute Handvolle dabei. Es war heute sehr schwierig. Wie gesagt, Tamina war sehr, sehr krass. Und Matteo, alle schätze Fragen. Aber Maluna. Macht's nicht nach Hause, bitte. Gut gemacht. Danke. Stark. Leider nicht. Sehr, sehr stark. Nicht letzter geworden. Maluna, erste Board ist nicht in deiner Richtung gegangen, weiß ich. Aber am Ende gut zurückgekämpft. Vor allem mit den doppelten Punkten und sowas. 4000 Punkte auf dem dritten. Das war sehr, sehr gut. Dann haben wir Matteo mit 6.151, der sich jede Schätzfrage geholt hat. Das war ein bisschen scary, muss ich sagen. Nunan Tamina auf 8.300 Punkte stand. Erster Platz. Stark. Ich weiß noch, wie ich zu dir gesagt habe. Ey, wenn ich zu Brainlag gehe, dann muss ich zu Twitch. Ich weiß das Einzige, wo ich drin bin und immerhin habe ich delivered. Tamina kennt alles auf Twitch. Das heißt einfach so wie ich. Sie konsumiert einfach alles. Den ganzen Tag.